Mein Name ist Christian Gauss. Ich bin seit über 20 Jahren Architekt und Unternehmer. Mit meiner Frau führen wir zusammen das Familienunternehmen Gauss-Architekten in der zweiten Generation. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich unser Büro zu einem Unternehmen entwickelt. Wir wissen, wie Unternehmen denken und handeln. Zu unserem eigenen Unternehmen gehören selbstverständlich ein Leitbild, eine Business Mission, eine strategische Zielplanung sowie eine entsprechende Personalentwicklung. Mit unserem Team aus rund 20 Mitarbeitern unterstützen wir Sie in der Umsetzung Ihrer Ziele. Regional, bundesweit, weltweit. Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Zoom-Meeting, welche fünf Gründe für die Zusammenarbeit mit uns sprechen.